Ich habe zwar noch einen Fischer, wenn Sie im Mund haben. Also es ist ein Nachfolger, der Vektor, der Klassiker von Sunto, mit dem wir vor zehn Jahren im Autobereich reingegangen sind. Es ist ein typischer ABC-Autocomputer, Altimeter, Barometer, Kompass. Das heißt aber auch mit allen Informationen, die man daraus berechnen kann. Wenn wir jetzt nicht ins Detail gehen, wird es interessiert, der kann noch zu uns kommen, dann gehen wir ins Detail. Da sind wir auch gleich, dann auch mit den Einzelinterviews für die Kollegen. Jetzt wollen wir aber noch schnell die Uhren verlosen. Dazu wollte ich jetzt erstmal den Bottich-Hummer. Und ich denke mal, Aper Scherper macht dann auch gleich die Glücksgebung.